Jo Leute was geht, willkommen zu Diablo 4, seit längerem nehme ich mir schon vor einen Anfänger Guide zu machen und das werden wir heute zusammen einmal durchnehmen, das heißt worauf kommt es am Anfang des Spiels an, wie wird man stärker, wie berechnet man sich Schaden und welche Dinge sollte man so früh wie möglich machen und welche Dinge sind vielleicht erstmal nicht so wichtig. Und ich würde sagen wir fangen als allererstes mal an mit der richtigen Charakterauswahl. Insgesamt gibt es 5 Charakter, da kommt einer hinzu Ende 2024, je nachdem wann du das Video guckst. Könnte es sein, dass hier auch schon ein Charakter mehr ist oder vielleicht sogar noch mehrere. Und am Anfang kann ich schon mal sagen, jede Klasse für sich genommen ist stark. Also es gibt bei jeder Klasse Builds und Möglichkeiten einen sehr sehr starken Charakter zu haben. Das bedeutet, hier könnt ihr ganz einfach nach eurem Belieben schauen, was ihr spielen möchtet. Wollt ihr vielleicht den Druiden, so wie ich, das ist meine Lieblingsklasse, als Werbeer rumlaufen oder als Werwolf rumlaufen, dann ist vielleicht der Druide was. Wollt ihr als Rogue sehr sehr flink sein, vielleicht von hinten angreifen, von nah angreifen, schnell angreifen, dann ist vielleicht der Jäger was für euch. Magier, ich glaube dazu muss ich nicht viel sagen, Magiefertigkeiten, Feuer, Elektro, Eis. Totenbeschwörer kann entweder sehr sehr stark alleine oder sehr sehr stark mit seinen Minions, mit seinen Lakaien sein. Und dann haben wir noch den Barbar und der Barbar haut einfach drauf. Und da könnt ihr selber entscheiden, wen ihr nehmen wollt. Ich nehme jetzt hier für heute mal einmal den Jäger, um das zu verdeutlichen. Wenn ihr den Jäger genommen habt, könnt ihr natürlich auswählen, ob Mann oder Frau. Könnt ihr euch dann so anpassen, wie ihr wollt. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr Hardcore spielen wollt oder nicht. Hardcore bedeutet, wenn ihr einmal sterbt, ist der Charakter komplett tot und ihr könnt den nicht wiederbeleben. Und der ist gone. Ihr müsst dann einen neuen erstellen und wieder auf Level 1 starten. Hardcore ist wirklich etwas für Leute, die was von Hardcore verstehen. Ist auch nicht mein Modus, ich mag Hardcore gar nicht, sondern nur Softcore. Müsst ihr dann selber entscheiden, gerade für neue Spieler würde ich Hardcore erst einmal nicht empfehlen. Die Kampagne überspringen könnt ihr erst, wenn ihr einmal die Kampagne durchgespielt habt. Das bedeutet, dieser Punkt wird bei euch gar nicht stehen. Ich empfehle euch sowieso am Anfang erstmal ganz entspannt die Kampagne zu spielen. Das können wir schon mal als Grundsatz nehmen. Spielt entspannt die Kampagne. Ist eine gute Kampagne, schöne Cutscenes, um in die Welt von Diablo einzutauchen. Vor allen Dingen für neue Spieler, die noch nie in Diablo gespielt haben. Dann können wir hier einen Namen nehmen und dann haben wir den Charakter auch schon erstellt. Die nächste Frage ist, Season oder ewiger Reim? Ein, zwei Worte, was Season ist und was ewig ist. Stellt euch vor, ihr habt einen ewigen, einen Eternal Reim, einen ewigen Reim, einen Spielstand, der für immer da ist. Der ist euer Hauptspielstand, euer Grundgerüst. Dort seid ihr das erste Mal in der Season, äh, nicht in der Season, in der Kampagne, spielt die Kampagne. Ihr habt einen ewigen, einen ewigen Raum, wo alles drin ist. Und dann kommen alle drei Monate eine Season dazu. Die hat nichts mehr mit dem ewigen zu tun, sondern ist ein eigenständiger Kosmos, den ihr bespielen könnt. Mit einem neuen Charakter, ihr müsst alles neu suchen, es ist alles weg. Ihr müsst quasi von Null auf wieder neu anfangen. Und am Ende einer Season kommt alles von der Season in den ewigen rein. Das heißt, ewig ist immer euer, euer Grundbase, wo alles immer drin gespeichert wird. Auch die Charakter kommen da rein, alle Items, die ihr in der Season findet. Und Season könnt ihr drei Monate spielen und dort Spaß haben. Wieso das alles Sinn macht, würde zu weit gehen, jetzt in diesem Video. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Es gibt eine Season, die könnt ihr auch eher spielen, wenn ihr eine Kampagne durchgespielt habt. Und es gibt einen ewigen Reim. Insgesamt gibt es vier Weltstufen. Das bedeutet, das ist die Schwierigkeit der Gegner und die Schwierigkeit des gesamten Spiels. Als Anfänger würde ich euch immer raten, Weltstufe 1 zu bespielen, weil Weltstufe 2 keinen Sinn macht. Weltstufe 2 bedeutet, die Gegner sind sehr viel stärker, haben mehr Kp und machen mehr Schaden. Ihr bekommt aber nur 20% mehr Gold und 20% mehr Erfahrung. Das lohnt sich auf keinen Fall. Spielt niemals Weltstufe 2, außer ihr wollt es explizit schwerer haben, als es eigentlich sein müsste. Meine Empfehlung für alle Spieler, spielt immer Weltstufe 1, bis dann irgendwann Weltstufe 3 zur Verfügung steht für euch. Deswegen bleibt immer auf Weltstufe 1, spielt die komplette Kampagne auf Weltstufe 1, solange bis ihr auf Weltstufe 3 könnt. Dazu komme ich aber dann später. Wenn ihr in die Kampagne startet, werdet ihr nach kurzer Zeit in die erste große Stadt kommen, euren ersten Ankerpunkt. Und das ist Kyowashad. Kyowashad ist die Hauptstadt im zersplitterten Gipfel. Das ist euer erster Akt, euer erstes Gebiet, was ihr bespielen könnt. Und hier lernt ihr die ersten Sachen. Ihr lernt, dass es einen Schmied gibt. Ihr lernt, dass es einen Okkultisten gibt. Ihr lernt, dass es Schmuck gibt und so weiter und so fort. Das Ganze erklärt euch das Spiel. Deswegen würde ich darauf nicht so eingehen. Eine wichtige Sache ist das Pferd. Ihr seht, ich habe ein Pferd und ihr werdet auch Spieler in der Welt sehen, die ein Pferd haben. Und ihr könnt auch ein Pferd haben. Und zwar gibt es hier einen Stallmeister, bei dem ihr ein Pferd bekommt nach Akt 3. Das heißt, ihr müsst Akt 1 spielen, Akt 2 spielen und Akt 3 spielen zu Fuß. Und danach gibt es eine Quest, sofort zu Beginn von Akt 4, wo ihr das Pferd bekommt. Deswegen spielt einfach ganz entspannt Akt 1, 2 und 3 durch. Und danach kriegt ihr das Pferd und könnt euch dann um den Rest kümmern. Weil dann wird euch die ganze Welt offen stehen. Die gesamte Karte. Und dann rate ich euch, bevor ihr mit Akt 4 und 5 weitermacht, sammelt Gegenstände in der Welt. Sammelt erstmal die komplette Karte. Macht die ganze Karte auf, sodass alles aufgedeckt ist. Vergesst dabei auch nicht diese Inseln hier. Die sind gerne mal verdeckt und die vergisst man schnell mal. Sammelt die ganze Karte. Sammelt jeden einzelnen Wegpunkt, den ihr auf der Karte seht. Und sammelt, das ist glaube ich mit das Wichtigste, alle Lilith Statuen. Weil umso früher ihr das gemacht habt, umso früher könnt ihr euch auf euer Main Game fokussieren. Wegpunkte, komplette Karte aufmachen und Lilith Statuen. Das sind drei Fleißarbeiten, die man meiner Meinung nach so früh wie möglich erledigen sollte. Um danach ganz entspannt weiter Kampagne spielen zu können. Und ganz entspannt das Spiel weiterspielen zu können. Weil diese drei Dinge bleiben, auch wenn ihr einen neuen Charakter erstellt, immer bestehen. Die Wegpunkte nicht. Aber die Lilith Statue und die Karte wird dann für immer frei sein. Deswegen mein Top-Tipp auf jeden Fall, dass, sobald ihr das wert habt, machen. Und damit einhergehend gibt es auch dieses Ansehen hier. Da will ich auch nicht zu viel Zeit mit verschwenden. Im Prinzip bedeutet das Ansehen, dass ihr, wenn ihr diese Ansehenspunkte, wovon ich ja gerade gesprochen habe, mit den entdeckten Gebieten und den Lilith Statuen voll habt. Stellt euch das vor wie so einen kleinen Battle Pass. Dann bekommt ihr verschiedene Belohnungen. Und, ganz wichtig, ihr wollt, wenn ihr auf Weltstufe 3 seid, sofort alle Belohnungen haben. Deswegen ist es schon wichtig, zu versuchen, die vierte Belohnung hier, so früh, die fünfte Belohnung hier, so früh wie möglich im Spiel zu haben. Damit, sobald ihr auf Weltstufe 3 seid, sofort diese vier Paragonpunkte habt. Und das Ganze gibt es in allen fünf Gebieten. Denn es gibt fünf Gebiete. Einmal Zersplitterner Gipfel, einmal Skosglen, einmal Trockensteppe, einmal Kejistan und einmal Havertzer. Überall könnt ihr jeweils fünfmal diese Ansehenspunkte sammeln und verschiedene Zusatzsachen bekommen. Fertigkeitspunkte, Tränke und eben diese Paragonpunkte. Bevor wir das endlich mal über Fähigkeiten, Schaden und den Carragdown zu sprechen, noch zwei Sachen zur Karte, weil das wirklich wichtig ist. Es gibt zwei Gebiete, die seht ihr hier rot markiert. Die sind PvP Area. Dort könnt ihr gut leveln, gut farmen, gut grausige Gaben sammeln. Etwas für ein anderes Video, vergesst das wieder. Aber dort könnt ihr, wie der Name schon sagt, auch auf andere Gegner treffen. Deswegen Vorsicht, in diesen roten Gebieten hier könnt ihr auf andere Spieler treffen, die euch dann töten können. Für Hardcore-Spieler, ihr seid ein Tod. Für alle Softcore-Spieler ist das nicht so tragisch, aber damit ihr das mal gehört habt. Außerdem seht ihr hier diese roten Punkte. Das sind Stützpunkte. Die habt ihr hier vielleicht auch schon gesehen. Die geben 100 Ansehenspunkte. Deswegen auch mein Top-Tipp, die so früh wie möglich zu machen. Gerade in Kyowashad könnt ihr die sehr früh machen und die geben auch viel Erfahrung. Deswegen Stützpunkte. Als nächstes nach dem Ansehen auf jeden Fall ein guter nächster Schritt. Ich denke, damit sollte ich das Gröbste zur Karte und den ersten Schritten erklärt haben. Jetzt geht es ein bisschen was um Schaden. Weil natürlich wollt ihr ja immer stärker werden. Diablo ist ein absolutes Grind-Game. Ihr wollt immer stärker werden. Die Gegner werden stärker. Und somit wollt ihr natürlich auch immer stärker werden, um die Gegner leichter zu besiegen. Und da gibt es ein paar Dinge, die ihr beachten könnt. Das ist für jeden Charakter ein wenig anders. Ich versuche das aber grundsätzlich mal zu erklären, wie der Schaden berechnet wird in Diablo. Alle Profis, das ist jetzt ein Grundgerüst und nicht die genaue Schadensbrechnung. Ich glaube, das würde zu weit führen. Das ist nun mal ein Ankerpunkt, woran ihr dann etwas erkennen könnt, warum ihr Schaden macht oder warum ihr eben nicht Schaden macht. Mit jedem Level, das ihr bekommt, kriegt ihr einen Fähigkeitspunkt. Ich mache mich mir hier weg, damit ihr das besser sehen könnt. Und jeder dieser Fähigkeitspunkte hat einen anderen Effekt. Den könnt ihr euch natürlich alles selber durchlesen. Meine Empfehlung ist sowieso, probiert am Anfang so viel aus, wie ihr könnt. Das heißt, jede Basisattacke einmal ausprobieren. Jede Kernfertigkeit einmal ausprobieren. Und so weiter und so fort. Gerade auf Weltstufe 1, gerade in der Kampagne. Es ist nicht so schwer, als könntet ihr nicht mit eurem eigenen Bild und euren eigenen Fantasien hier ein Bild bauen, womit ihr zurechtkommt. Deswegen baut hier so, wie ihr das gut findet, was sich gut anhört, was ihr wollt. Manchmal ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit wie hier. Manchmal ein bisschen mehr Leben. Oder ihr könnt hier verschiedene Fähigkeiten ausprobieren. Ich gehe mal dafür gerade ins Gebiet, wo ich einsetzen kann. Ich habe jetzt gerade einen Barbar. Und da gibt es verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel das Aufwühlen, das ich hier spiele. Und beim Aufwühlen mache ich so einen Kegel nach vorne. Und vielleicht gefällt das dem einen oder anderen. Manchen gefällt das nicht. Deswegen probiert hier aus, wie ihr wollt. Weil das Ganze könnt ihr auch jederzeit wieder ändern. Wenn ihr sagt, ey, Aufwühlen finde ich aber nicht gut, dann macht ihr das hier wieder weg. Wie ihr das geht, steht ja da unten mit Viereck in meinem Fall. Dann macht ihr das weg. Und dann sagt ihr, hier steht Doppelschwung. Das will ich auch mal ausprobieren. Dann lese ich mir das hier durch und packe das mal hier unten. Meine Leiste rein und sage, jetzt will ich mal Doppelschwung ausprobieren. Was kann denn Doppelschwung? Ja, auf Doppelschwung. Und guckt mal, was macht Doppelschwung. Ah, okay. Der macht so einen kleinen Dash, so einen kleinen Angriff nach vorne mit seinen zwei Attacken. Finde ich vielleicht gut, finde ich vielleicht nicht gut. Deswegen probiert euch ganz doll aus. Und so viel wie möglich. Und um das natürlich nicht ein Gegner machen zu müssen, gibt es seit dem neuesten Update für uns eine coole Möglichkeit, das Ganze zu testen. Und das würde ich jedem neuen Spieler raten. Testet, testet, testet. Das Spiel lädt extrem dazu ein, zu testen. Gerade diese Fähigkeiten. Könnt ihr alle austesten, aber mit jedem Level. Lasst euch da Zeit. Guckt euch alles ganz genau an. Und dafür gibt es eine Trainingspuppe. In anderen Spielen würde ich sagen, Trainingspuppe ist doch nicht so interessant. Bei Diablos ist es eine wirklich wichtige Sache. Wenn ihr das erste Mal in Chiowaschart ankommt, findet ihr hier oben bei der Statue eine Nebenmission. Die steht hier. Ich glaube, es ist sogar Wache Bootser. Und die möchte, dass ihr hier bei den Kollegen einmal anfeuern macht, jubeln. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist die Nebenmission abgeschlossen. Und ihr bekommt hier oben einen Raum, ein Trainingsgelände. Da gehe ich einmal rein. Weil da steht dann eine Trainingspuppe, wo ihr alle eure Attacken, eure Fähigkeiten usw. ausprobieren könnt. Und auch sehen könnt, wie viel Schaden ihr macht. Um genau zu ermitteln, welche Attacken möchtet ihr dann vielleicht benutzen. Das ist zum Beispiel meine normale Angriffsattacke. Ich schlage mit zwei Hammond irgendwie nach unten. Wenn ihr jetzt aber sagt, ey, die gefällt mir irgendwie nicht, dann mache ich die weg. Und mache vielleicht mal hier Raserei hoch. Lesen wir das durch. Dann mache ich das natürlich noch in mein Angriffding hier unten. In meine Slots. Raserei kommt hier unten rein. Und dann mache ich Raserei. So, und dann könnt ihr genau sehen, wie viel Schaden mache ich. Wie ist das Angriffsmuster. Und so weiter und so fort. Und das würde ich jedem empfehlen. Lebt euch da so viel es möglich, wie so viel es geht aus. Und probiert einfach aus, was euch gefällt. Ein Zusatztipp für den Barbaren. Ihr kriegt ab Level 15 mit jedem Charakter eine neue charakterbezogene Questline. Die müsst ihr abschließen, um Zusatzeffekte für eure Charakterklasse auszuerhalten. Beim Barbaren sind es diese Expertisen. Ich will darauf in diesem Video nicht zu sehr eingehen. Aber jede Expertise mit den verschiedenen Waffen hat einen anderen Zusatzeffekt. Und auch bei dieser Trainingspuppe könnt ihr diese Zusatzeffekte leveln. Und zwar habe ich hier zum Beispiel Expertise mit Einhand-Streitkolben. Das sind diese Dinger, die ich hier gerade auch in der Hand habe. Das hier sind Einhand-Streitkolben. Und wenn ich jetzt diese Puppe die ganze Zeit mit beiden Streitkolben angreife, dann levelt das. Obwohl das kein richtiger Gegner ist. Deswegen für alle Barbaren da draußen. Wenn ihr eure Expertise leveln wollt, macht das an dieser Trainingspuppe. Geht am einfachsten und am schnellsten. Und ihr könnt das sogar AFK machen. Wenn ihr jetzt den Knopf hier gedrückt halten würdet. Oder euren Mausknopf gedrückt halten würdet. Und dann weg. Da ist der Rang drin. Und weggehen würdet. Würdet ihr es einfach on the fly, ohne dass ihr irgendwas dafür tun müsst, bekommen. Ein kleiner Top-Tipp für die ganzen Barbaren unter euch. Jetzt natürlich die Frage, wie errechnet sich denn meine Stärke? Im Grunde könnt ihr das ganz, ganz grob auch schon hier im Menü sehen. Und zwar seht ihr Angriffstärke, Rüstung und Leben. Leben und Rüstung sollte klar sein. Ihr habt ein Leben, ein Leben-Move-Pool. Und darauf dann nochmal Rüstung, die den eingehenden Schaden verringert. Und dann seht ihr dort Angriffstärke. Angriffstärke ist ein bisschen tricky. Weil da können auch kleine Zahlen stehen. Und trotzdem macht ihr viel Schaden. Und auch andersrum, da können auch hohe Zahlen stehen. Und ihr macht wenig Schaden. Stellt euch das eher vor wie ein Richtwert. Wenn die Angriffstärke hoch ist, dann macht ihr rein grundsätzlich auch mehr Schaden. Der Schaden, wie der am Ende berechnet wird, ist aber ein bisschen anders. Ihr habt einen Grundschaden. Das ist der Schaden, den ihr auf eurer Fähigkeit sehen könnt. Wie zum Beispiel bei mir dieser Sprungschlag. Da seht ihr Schaden 8000 bis 10.050%. Darauf kommen aber ganz viele Faktoren, die addiert werden oder multipliziert werden. Und da will ich nur eine Sache zu sagen, wie ihr das sehen könnt. Es gibt additive Zusatzeffekte und es gibt multiplikative Zusatzeffekte. Und da steht immer mit einem X, mit einem X oder mit einem Plus dran. Und hier zum Beispiel, könnt ihr das sehen bei meinem Amulett. Da seht ihr unten beim Effekt 120% in Klammern X. Das heißt 120% Mal. Mal den Schaden, der davor war. Und hier seht ihr zum Beispiel, das hat jetzt nichts mit Schaden zu tun, sondern mit Bewegungsgeschwindigkeit. Dort seht ihr ein Plus. Es macht natürlich Sinn, immer zu versuchen Mal zu nehmen, weil wir haben in der Schule gelernt, Mal ist natürlich sehr viel besser als Plus, was den reinen Schaden angeht. Deswegen, wenn ihr hier Aspekte und sonstige Sachen auswählt, dann versucht immer auf das X zu achten. X ist immer besser als Plus. Außerdem, wenn ihr hier in diesem Menü seid, dann könnt ihr in meinem Fall mit L3 in dieses Zusatzmenü gehen. Und hier könnt ihr ganz viele andere Sachen sehen, wie zum Beispiel eure Hauptwerte. Stärke, Intelligenz, Willenskraft und Geschicklichkeit. Und zusätzlich seht ihr, was das genau bedeutet. Jeder Charakter geht auf einen unterschiedlichen Hauptwert. Der Barbar zum Beispiel auf Stärke, der Magier auf Intelligenz, der Druide auf Willenskraft und der Rogue, der Jäger auf Geschicklichkeit. Was die Schadenzahlen angeht. Das heißt, es macht keinen Sinn, auf einem Jäger zum Beispiel Stärke zu spielen, sondern sehr auf Geschicklichkeit zu gehen. Jeder dieser Werte hat noch andere Zusatz-Effekte, das könnt ihr dann links selber euch angucken. Dann gibt es noch Widerstände, offensive Zahlen und defensive Zahlen. Darauf will ich nicht zu sehr eingehen. Das ist, glaube ich, ein Thema für ein anderes Video. Nur damit ihr das mal gesehen habt, ihr könnt hier selber schauen, welche Zahlen ihr habt. Und gerade bei Widerständen auch mal schauen, wie viele Widerstände habe ich gerade, wieso kriege ich denn so viel Schaden von einem Feuer. Dann könnt ihr sehen, hier habe ich nicht so viel Feuerwiderstand, vielleicht soll ich da mal ein bisschen rein investieren. Eine grundsätzliche Regel beim Fertigkeitsbaum ist, dass ihr eine Basisattacke levelt und nicht alle 4 und dann auch nur auf Level 1. Es gibt Bills, die weichen von dieser Regel ab. Aber für einen Anfänger, gerade für mich damals, ich hatte zum Beispiel auch den Fehler gemacht und 5 Level auf meine Basisfertigkeit gemacht. Das ist ein Fehler, Leute. Macht auf die Basisfertigkeit so wenig Level wie möglich, um dann die Level später für die guten und besseren Eigenschaften zu haben. Das heißt, ihr nehmt eine Basisfertigkeit, am besten, und eine Kernfertigkeit, womit ihr Schaden macht. Das ist ein gutes Grundgerüst für jeden Anfänger. Das gilt auch für jeden Charakter. Für alle Profis, ich weiß, das stimmt natürlich nicht. Achtet, denkt daran, das Video ist für die Anfänger gemacht, die die ersten Berührungspunkte mit Diablo haben. Und da kann man schon als Grundregel sagen, eine Basisattacke, 2 Level, dann kommt ihr zur Kernfertigkeit. Hier wählt ihr euch eine aus, eine, nicht 3 Stück oder so. Wählt euch eine aus, die ihr gut findet und mit der ihr spielen wollt. Macht die auf höchstem Level und dann geht es weiter. Das heißt, als Grundregel, als Faustregel, eine Kernfertigkeit für Schaden, eine Basisattacke, um euch Mana ranzuholen. Und alle anderen Sachen, die ihr dazu nehmt, ist Support. Die supporten dann die eine Attacke, die ihr hier gelevelt habt. Ich glaube, gerade für die Anfänger ist das ein super Tipp, den ich damals auch nicht hatte, der mir auch sehr geholfen hätte. Ich habe zum Beispiel damals 2 Basisattacken gehabt, beide auf maximalen Level. Irgendwie 2 unterschiedliche Kernfertigkeiten. Und dann hier unten keinen Platz mehr gehabt für meine Level. Deswegen ganz wichtig, eine Basisattacke, nur 2 Level drauf investieren. Das heißt, Standard und den da drüber. Und dann die Kernfertigkeit auf maximalen Level bringen. Und dann weiter runter gehen und dort die Level investieren. Es ist natürlich schwierig, was ist wirklich ein Anfänger-Tipp und was ist vielleicht schon zu viel des Guten. Deswegen will ich nicht mehr zu viel sagen. Ich glaube, das Gröbste habe ich befasst. Wenn dem einen oder anderen Profi noch was einfällt, was jeder Anfänger auf jeden Fall wissen sollte, schreibt es unten in die Kommentare. Ich möchte noch eine Sache mit auf den Weg geben. Und das ist, wie man am schnellsten levelt. Weil natürlich wollen auch alle sehr schnell leveln. Leveln ist satisfying, wir wollen alle leveln. Deswegen vielleicht noch 1-2 Tipps dazu, wie ihr am besten und am schnellsten levelt. Ich hatte ja am Anfang gesagt, spielt die Kampagne. Das ist erstmal okay. Und danach macht ihr die Karte und natürlich auch die Stützpunkte. Wenn ihr die Karte voll habt, wenn ihr die Kampagne durchgespielt habt und auch die Stützpunkte alle gemacht habt, dann solltet ihr irgendwo zwischen level 45 und 50 eigentlich schon sein. Ab level 50 könnt ihr in die nächste Weltstufe 3, die ich am Anfang des Videos erwähnt hatte. Das will ich heute aber nicht befassen. Anfänger-Guide sollte, denke ich mal, reichen bis level 50. Alles was danach kommt, ist etwas für ein anderes Video. Solltet ihr noch nicht level 50 sein, die Kampagne durchgespielt haben und alle Stützpunkte geholt haben, dann gibt es eine Sache, die ihr auf jeden Fall immer machen solltet für Level. Und das ist dieses Ereignis hier. Legionsereignis. Hier könnt ihr richtig viel leveln. Wenn ihr level 45 seid und hier reingeht, werdet ihr für ein Legionsereignis, dauert es in der Regel 3-5 Minuten, mindestens ein Level dazu bekommen. Deswegen Legionsereignis, ein sehr gutes Ereignis, um zu leveln. Auch der Weltboss, der sieht so aus, der kommt alle 3,5 Stunden, der gibt auch viel Erfahrung, gibt guten Loot, den solltet ihr auch immer mitnehmen. Und sobald ihr level 50 seid, könnt ihr auf Weltstufe 3 gehen. Das ist aber, glaube ich, etwas für ein nächstes Video, für ein fortgeschrittenes Video. Ich hoffe, der Anfänger-Guide hat euch geholfen. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, an die Profis, schreibt es unten mit rein in die Kommentare, versucht so gut es geht zu helfen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, kommt gerne auf den Discord, wir helfen gerne. Kommt in den Stream, ich bin eigentlich jeden Tag live, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Diablo 4. Es ist wirklich ein super Game, wird ständig geupdatet, gibt viel zu tun in den Seasons. Deswegen lasst ein Follow da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Lasst gerne ein Like auf dem Video da und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.